halli hallo hallo schon meine lieben freunde und herzlich willkommen zurück zu minecraft live in den woods und wie ihr schon seht der cds ist wieder mit am start na endlich hier zwei kreuze stehen hier zwei kreuze und jetzt noch mal ein fehlender aufnahmepause den ich verbockt habe ja ich habe mir schon mal ein pferd mit sattel bestückt wieso kann ich auf das pferd hier nicht nein nicht ins wasser ein pferd raus wie war das muss ich den erst füttern oder was ist das ein kleines pferd ja das ist ein baby pferd na komm dann wachs mal aus hier geht es auch mit mit ja irgendwie mit dem reingelogen ja und jetzt muss das kannst du das füttern auf während des reit ist es ist schon es ist schon gezähmt wo ist der sattel hier da muss ich noch mal runter an den sattel drauf macht doch hier kommt genau jetzt kann ich sterben nicht sterben jawohl auf geht's okay ich wusste auch schwimmen nein kann es nicht man kann nicht so wirklich aber man kann auf jeden fall springen damit also ich bin drüben aber ich nicht ach du blödes mit pferd jetzt geht die an den rand da hier wie soll es hier eigentlich strömung das kenne ich auch nicht da alles klar du kannst auf jeden fall springen indem du leertaste länger hältst dann fühlt sich unten streifen auf ich komme nicht rüber der fix wenn du es loslässt springt das pferd los warum ist denn hier eigentlich strömung seit wann ist in flüssen in minecraft strömung guck mal jetzt habe ich dieses dieses leuchten ausgeschalten wir gehen jetzt von dem blöden fluss hier weg komm her pferd hier rüber da alles klar kommst du ja ich komm wir müssen irgendwie um den fluss rum hier hier kommen wir drüber da alles klar war höhle das ist ganz schön schnell ja wir reiten und da hinten links ist das dorf gewesen aber das sehen wir jetzt natürlich nicht mehr das kann man irgendwann anders ich will jetzt das pferd nach hause bringen ich weiß nicht wo du bist nach den nach den ganzen strapazen also natürlich ungünstig dann komme ich noch mal zurück da jetzt bin ich auch da runtergefallen wo du runtergefallen so wir müssen da in richtung wüste da hinten einigermaßen das ist doch scheiße ist doch das ja du musst die blätter freilegen geht das auch auf dem pferd nee dann außenrum klar geht das wo bist du ich bin immer noch dort da lang da lang da lang da lang hier okay bin da metterlinge nein nicht nicht ins wasser rein nein man es ist total total beschissen mit dem ding zu reiten was haben wir da hinten ja wollte ich auch gerade sagen war da war da auch schon wieder jemand unterwegs oder was ich glaube nicht ich glaube das ist wirklich ach so apropos ich habe bin bei mir im privaten spiel auf wanderschaft gegangen es gibt wirklich die gebäude die es auch bei kronen gibt ja 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 das haben aua was war das ich kann nicht werden nicht dass das pferd noch verreckt da würde ich jetzt am liebsten aber nein kommt jetzt kann man irgendwann auch das auch noch anschauen ja das ist richtig aber dass das close don't naja gut kommt das noch stehen wo alle wie es leckt ja irgendwie schon aber das hängt jetzt echt mit dem server zusammen huch weil sich das aufbauen muss ich bin ja bei diversen spülen gewöhnt dass man mit left shift sprintet da steigt man hier ab geld genau wow das nehme ich mal mega lag und da hinten nein da kommt wasser shit müssen wir außenrum ok das wird dann doch nicht so einfach die pferde nach hause zu bringen diese blöden kacktelen erst mal hier aus der wüste raus ich glaube das ist wichtiger okay ich gehe gerade nicht weiter dann bleibt mal ein bisschen auf den saftigen wiesen hier das füllt das fährt sich eigentlich auch wieder auf kann man das es ja wenn du es fütterst wahrscheinlich mit absteigen und dann mit der weite oder hast du jetzt was gefressen ey da ist ein tempel dann komm da gehen wir da gehen wir jetzt trotzdem rein das ist aber normaler den gibt es in minecraft glaube ich auch ach guck mal esel ups ich bin hier runtergefallen vorsichtig hier ist es irgendwie durchlöchert alles was denn hier passiert ey komm nicht mehr raus nein nein was da kommt Pferdchen ja diese tempel sind meistens sehr 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 böse ähm ich stecke im treib sand fest oh mein Pferd wird angegriffen von Piranhas ah dann gehe ich mal lieber außenrum oder bist du da drüber gekommen nein ach komm komm Pferdchen da ist einfach drin schwimmen Piranhas rum ja ich weiß schon ich bin drüben was ist denn jetzt mit dem Pferd hier los oh das war doof man macht hier so ganz ganz komische Sachen Pferd kannst du jetzt mal wieder an Land gehen genau ja genau das ist das was ich meine mit dem Springen klappt irgendwie nicht so wirklich bleib einfach stehen Pferd oh ist das blöd das Vieh schnell komm lass uns weiter reiten da unten ist sowieso nur irgendwie TNT und aua ja eben die sind gemein die Höhe aber wir müssen in die Richtung nein in den treib sand rein musst du helfen noch nicht ganz boah das geht ewig weiter runter aua sorry man kommt sogar zwei Blöcke hoch das ist ja cool wieso wieso zeigt jetzt auf einmal der Spawn in die Richtung wieder keine Ahnung ich lauf dir nur nach so komm Pferd ich schaff das Fall mit dem Hüpfen nicht du musst immer wenn der Streifen voll ist dann loslassen die Taste nein ach so jetzt ah alles klar diese Mechanik kenne ich noch nicht okay aua das ist echt gemeingefährlich hier mit den Pferden zu reiten ich kann den Pferd hast du das mal gereicht oh schau dir den Wald an hier oh cool ähm und wir haben keine Betten dabei das ist gar nicht gut ich will auf jeden Fall aus der Wüste raus weil das tut mir dem Pferd nicht gut oh wie der Server leckt leckt mich doch am Arsch ja das ist das ist klar das würde jeder Server machen bei so einer Reise ich steck schon wieder in Treibsand nein jetzt bin ich wieder draußen gut wir brauchen Schafe warum ach so weil es dunkel wird wo bist du denn auf der anderen Seite hier und wieder im scheiße oh bin da das wird jetzt richtig scheiße ich will einfach nur wenn es dunkel ist erst mal aus der hast du Fackeln nein Treibsand ja doch ich hab Fackeln warte steig mal ab kurz ich hab hier Treibsand ähm ähm ich geb dir auch mal Fackeln dann wo ist mein Pferd hin ich sterbe was mein Pferd stirbt nein 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 oh nein Treibsand ne ist war das jetzt so tief oder was ja mein Pferd steckt auch in Treibsand da hinten oh dieses Schatz das gibt's doch gar nicht ey nein jetzt hau ich mein eigenes Pferd Mann könntest du jetzt einfach mal stehen bleiben Pferd echt so so weg hier Endermann na super äh ja ich würde sagen dann gehe ich mit auf den Weg dort äh zu dir und ähm auf den Weg werden sich doch Pferde noch finden denke ich mal ne also ich würde sagen weil wir kein Sattel haben und das jetzt wirklich doch ich hab ein Sattel ich hab ein Sattel ach den hast du noch naja deswegen hab ich den jetzt hier ausgebuddelt ähm ja auf den Weg Pferde ich hab ich bin schon so lang so viel unterwegs gewesen und da waren noch nie Pferde das ist ja das deswegen hätte ich jetzt gesagt ähm ich mach dir jetzt schnell eins damit wir weiter können da oben kommt äh 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 Dingsbums scheiße ey wo ist denn mein wo ist denn mein Schwert Creeper kommt Creeper kommt ja wo von da hinten wieso steige ich jetzt nicht ab ja dann mach halt dann äh würde ich sagen mach halt schnell das Pferd dann erstmal weg können ja aber unterbrech mal kurz die Aufnahme alles klar bis gleich bis gleich ja wir mussten uns grad jetzt hier nochmal retten wenn ihr das gesehen hättet ihr hättet euch total kaputt gelacht ich konnte immer verlassen unsere Pferde werden beinahe ständig äh also ich hab ich hab jetzt zwei Pferde hergeholt weil mein anderes Pferd ist auch noch im Treibstand verreckt und äh ja dann werden uns die zwei Pferde auch schon wieder beinahe im Treibstand verreckt dann ist dem Onkel sein Spiel abgestürzt äh bei mir war plötzlich alles schwarz also irgendwie die Stelle da oben die ist verheckt genau deswegen wir haben uns jetzt hier hingestellt und jetzt geht's weiter wir waren noch bei dem Treibstand und ach naja okay wir folgen für die Nacht haben wir jetzt hier noch ein paar Schafe gekillt grad hast du nicht gleich Betten gemacht ne können wir eigentlich machen noch oder ja eben warte mal ich halt mal hier kurz an ich hab Holz du brauchst sechs Stück ne ne Werkbank an der Werkbank brauchst du warte dann hier Dankeschön oh man ey meine Nerven und dann brauchst du ja noch Holz und zwar sechs Stück ne oder so oder warte mal ich geb dir ja mal den Platz ja genau ich geb dir ja immer mal den Stack so let's go ähm jip jip zwei und dann haben wir ein Bett und noch ein Bett das kriegst gleich du da ach jetzt läuft dir grad das Pferd über dem Dings kann ich den Tisch wieder abreißen lass ihn einfach stehen komm wir haben keine Zeit wir müssen so schnell wie möglich nach Hause weil die Pferde die möchte ich jetzt schon äh gern zu Hause haben eigentlich müssen wir hier außen rum und dann wieder links weil weiß ja mit dem Wasser ja wo bist du oder ja ich muss dir nachreiten deswegen also saßt eigentlich hier um und die ach nee nicht da hoch warte mal wenn wir links dran vorbei vielleicht mal kurz auf den Berg hier da ist auch wieder Wasser überall ist Wasser alles jetzt wurscht so wie war das springen ouch ich bin ins Wasser gesprungen ich auch fast nicht da aber ich bin draußen ich die Richtung Pferd in die Richtung in die Richtung in die Richtung na wenn man wenigstens immer wenn wir so ein bisschen stehen bleiben hat der Server wieder Zeit äh alles nachzuberechnen so ich hab's rausgeschoben gut so links am Berg vorbei das leckt wie Drecksau dann hier rauf irgendwie oah oah du bist voll in mich rein so jetzt halt nein nicht ins Wasser ach geht so oi 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 ja unglaublich ich mach drei Kreuze wenn wir wieder zu Hause sind ja aber aber hier sind so schöne saftige Wiesen allerdings der blöde Wald hier gefällt mir jetzt wieder nicht so für die Pferde noch da ja ja ich schreie schon wenn ich dich verloren hab na toll Sumpf super ne ich bin ganz oben auf dem Berg na ich bin da unten aber wo ich bin hier unten ich lauf gerade hier ich seh dich nicht mehr bist du beim Sumpf unten ja ich bin da ins Wasser gefallen komm fern raus mit dir ja ich bin im Sumpf unten im Sumpf unten ich bin rechts beim Sumpf am Berg rechts beim Sumpf am Berg ähm der große Berg ich bin jetzt schon mitten im Sumpfgebiet drin ist das richtig ja so halb hier so eine Spalte aber ich komme pass auf dass du nicht reinfällst in die Spalte weil die geht richtig ja ich seh dich wieder ich seh dich ich seh dich aber ich seh dich immer noch nicht ich bin hinter dir hinter dir ah da ok dann warte mal in die Richtung na toll Wasser haha ok ähm aber ist eigentlich schon krass wie wie die Pferde hier abgehen kommt man da zwei hoch ne kommt man nicht jetzt geh halt rauf Pferd ey das kann doch nicht wahr sein oh ne hab ich's jetzt endlich ey das war ja Gott jetzt wo hängt's denn jetzt schon wieder meine Fresse warte ich geh da einfach außen rum Junge oh hallo so job so rum ich komm immer noch nicht durch ich lauf doch außen rum was ist los mit dir ja ich hab Angst dass wenn ich außen rum lauf dass ich den Berg wieder runter fall ach so oh man und Wasser genau boah ich zerschieß mich in dem Wasser kann man sogar laufen oh oh was ist hier auch wieder weißt du wie weit wir weg sind von dahem jetzt ruckelt's wieder wie Sau bei mir nicht jetzt ist mal wieder so weit du stehst mit dem Baum ich weiß schon komm jetzt gehen wir mal aus dem Wald hier raus hier drüben nein nein was ist jetzt in die Stucht nein hoffentlich fällt das Pferd nicht runter gut dass ich jetzt hier absteig weil dann kann ich mich mal kurz hier raufgraben das Pferd fällt runter toll super gut hast du es gemacht blödes Pferd ey okay wie mach ich das jetzt am blödsten ich hab dies bauen kann sie eigentlich nicht ich muss jetzt hier eine Treppe raufbauen für das Pferd zwei die muss auf jeden Fall ich glaub drei oder vier Blecke hoch sein ja und hoffentlich bleibt es da unten stehen das gibt's nicht ich werd noch wahnsinnig geht's da noch weiter runter und jetzt wird es auf jeden Fall auch nacht ne Schaufel hab ich halt mit dabei ich hab eine dabei ich soll sie noch runter ah ne die ist bald kaputt die ganze Zeit klippklaff klippklaff ja vor allen Dingen bei mir leckt hier alles so dermaßen dass ich überhaupt nicht mehr gescheit arbeiten kann echt bei mir grad nicht ich frag mich grad wo du rauskommst ich hör dich ja überall blub 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 ich kann mir mal vorstellen dass wir wieder dass wir so ein Pech haben dass du genau unter meinem Pferd rauskommst und dem oh du ja naja ich versuch grad die ganze Zeit schon äh den Boden durchzustoßen damit du auch runterfällst boah das leckt so dermaßen ey ähm und dann ist da auch noch zu viel Erde wir könnten vielleicht mal damit beginnen schlafen zu gehen ich bin gleich draußen ja okay ich hoffe dass mein Pferd danach da nicht weg ist und es leckt und leckt ich komm mit dem Mausrad nicht mehr zu meinem Bett hin das gibt's doch nicht schnell so ich lieg im Bett ich auch guten Morgen ach Gott ach man ey was machst du eigentlich bist du eigentlich bist du noch am buddeln oder was machst du eigentlich ja aber das leckt ja das leckt so dermaßen dass ich nicht gescheit buddeln kann das dauert Ewigkeiten du bist du hey bis ich bis ich einen Block durch hab tschüss ey und ich weiß nicht ey ich schalte jetzt mal kurz die Shader aus für den Rest von der Aufnahme ist mir jetzt auch wurscht irgendwas jetzt oh wie du im Pferd unten wartet oh wie süß jetzt bin ich mal gespannt ob ich damit drauf komm und weh du machst jetzt faxen ey oh ne so ok meine Güte jetzt hab ich 30 Frames per Second das ist ja unglaublich das sind echt meine Shader das hängt irgendwie zusammen ähm wenn ich zu lange äh äh wenn ich zu viel rumlaufe mit den Shadern dann geht mein Rechner voll in die Knie was sag ich jetzt bist du wieder ne trotzdem leckt der Server na bei mir geht's grad muss ich sagen wo bist du denn jetzt hingerannt verdammt jetzt seh ich nix mehr ach da ok ich hab den Namen Fitzl grad gesehen ich glaub raus aus dem Wald ich glaub hier so da so hallo ja da bist du naja komm musst ja nicht unbedingt was jetzt rauf da hä willst du schon wieder ich find dich nicht ich hing da fest wo du mich gesehen hast hing ich fest da musste ich wieder zurück ach so ähm ich geh jetzt mal einfach auf den Berg drauf wo wo die anderen Bäume oben sind oder was so ich bin jetzt ganz oben auf den Berg und lauf jetzt auf den Bäumen ach so da da muss ich in deine Richtung oder was ja ach fuck ach du Scheiße jetzt bin ich runtergefallen wo in die Schlucht ja nein das wird mal eine mega lange Folge aber das ist mir jetzt auch wurscht die Pferde die schleppt man noch nach Hause heute ey wie viel hast du ausgebuddelt zwei hoch ne zwei oder drei jetzt wär ich beinah auch mit reingefallen also zwei oder drei hoch ähm ich glaub drei hoch ne jetzt ist die Axt kaputt gegangen wieso Axt ja das ist doch nicht hä wo bist du eigentlich ich bin hier reingefallen und jetzt buddel ich mich grad nach oben ich schau grad ist da ist da Wasser oder was ja unten ah ich seh deinen Namen nicht mach ich nochmal den die Shader an ne ich glaub nicht dass du hier bist ich seh den Steinnamen auch nicht ich bin eigentlich direkt äh über dir ich hör dich auch klopfen ach so allerdings jetzt hab ich komplett den Plan verloren ja wo ist die Schlucht war ich schau mal kurz dahinter den Berg ob ich äh vielleicht sehe dass wir schon irgendwie in die Nähe kommen von unserem Zuhause das wäre ja mal traumhaft ja ich bin oben schaut nicht so aus aber Leute äh für heute hab ich einfach die Nerven nicht mehr die Zeit ist schon längst überschritten ähm in der nächsten Folge sind die Pferde bestimmt zu Hause weil das machen wir nämlich jetzt noch ohne dass wir reden müssen weil ich drehe nämlich gleich total durch okay ciao äh tschüss tschüss Bis zum nächsten Mal.